Hallo zusammen, heute gehen wir miteinander aufs Kleinfurkahorn und werden hier oben übernachten. Wir sind jetzt beim Aufsteig und haben hier einen wunderbaren Blick auf den Seidelengletscher und den Gallenstock. Das ist jetzt eine von diesen Stellungen in der Alpenfestung, die wird nicht mehr gebraucht. Schauen wir mal rein. Wir können noch gut übernachten, aber wir gehen weiter. Der Weg wird langsam schwieriger. Wir balancieren hier über riesige, flechterbedeckte Steine. Dann müssen wir aufkassen, damit wir noch nicht runterfallen. Wir haben jetzt den berüchtigten Gipfelgrad, wo schon ganze Seilschaften auf dem Abgrund verschwunden sind. Schauen wir mal. Wir stehen hier kurz vor einem Gipfelkreuz. Nur noch ein paar Meter. Und hier ist er in einer ganzen majestätischen Pracht der Rhone-Protzer. Schauen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist es Zeit zum ins Bett gehen Gute Nacht miteinander Und... ... 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